Ja, und mit der Schreiner... ...hört der... Oh fuck, ich kann nicht sprechen. Ja, ähm... Und mit der Schreiner wollte ich sagen, heiße ich euch zurück willkommen zu Resident Evil 4. Fragt euch wundert, worum ich so komisch spreche. Ich habe schon einiges getrunken, also es ist mittlerweile schon das achte Bier, was ich jetzt trinke. Ich weiß es nicht, ich bin jetzt kein grenzenlös Vorbild, aber... Oh, scheiße. Aber, ja, wenn ich mal frei habe, habe ich mir gedacht, dass man nur so viel zu tun hat. Denn ich habe ja so selten frei durch meine Arme. Und ja, vielleicht ist das noch ein bisschen lustiger. Na komm, aufstehen! Oh, wirklich. So, also hab ich mir die Pistole kaputt. Da ist bald... Äh, da hat er, genau. Oh, wie viel der. Ja, ich wollte mal Danke sagen, auch für die Abonnenten, denn ich habe mittlerweile schon 38. Also, Dankeschön, dass ihr mich abonniert. Gefällt mir sehr. Ähm, auch wenn mehr als 10 Leute davon persönliche Freunde sind, die mich abonniert haben. Auch Danke an die. Oh, oh, die Musik. Fuck, nein. So. Ja, Danke an alle Abonnenten. Ich weiß gar nicht, was ich mache. Ich bin komplett verwirrt. Ich habe einfach mal draufgeschossen. Aus Panik. Schweinehelden. Wodfuck. Aber den habe ich jetzt gar nicht gerechnet, naja, egal. Heilen wir uns wieder ein bisschen. Ah, okay, da ist nichts. Zum Glück. Meine Katze sitzt gerade auf meinem Telefon drauf. Ja, beweg dich, du bist gemeint. Wo ist das? Okay, das ist so ein großer. Komm, komm, komm schon. Jawoll. Ich glaube, er ist nicht wirklich besonders stark. Das ist einmal ein großer Fattel. Ja, besser. Mhm, das glaube ich auch. Ja komm, geh runter, verdammte Scheiße! Du vollidioter. Ich versuche von dem nicht wieder sowas rauszufallen. Was f***st du denn nicht von dir? Verdammt. Ja komm, ich bin zu dir. Ich bin zu dir nicht tot. Ich muss dein Leben schossen. Ja komm, ich bin zu dir nicht tot. So, aber den... Den muss ich nicht so hoch. Ich muss nicht... Oh Gott, verschwenden, ich wurde jetzt geholfen. Ja, da ist was. Na super. What the f***. Was? OHH. Achille... Ich komme ejerisch. Erst mich nicht. So. Oh Gott, was ich da höre. So viel habe ich glaube ich noch nie gehabt. Das laden wir nach. Fünfte Schüsse noch, 15, 25. 40 Schüsse. Was war da irgendwas? Nein. Hilfe! Hilfe, Leon! Hilfe! Hilfe, Leon! Ashley! Leon! Was? Amateurs. Just hang in there, Ashley. I'm coming for you. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß auf jeden Fall gerade, dass da Gold ist. Und weiter jetzt. Wem haben wir da? Got some rare. What are you buying? What are you buying? What are you buying? Will sich eine Weste? Scheiße, die bräuchte ich. What are you selling? Mag ich haben. Verdammt. Die können wir uns nicht leisten. Aber normal hat er doch immer... Er hat doch immer Sachen da. Ich bekomme, was ich habe. Ich bin dran siedet. Kannst du dich nicht richtig? Ich war mir nicht sehr好, als ich immer... Ah, 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 ich kriegst du tot. Ah, okay, kaputt. Ah, 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 ah. Du ist noch einer. Ich hör's doch. Jawoll. Was haben wir denn noch? Maschinengewehre? Ja, diese Dreckscheiße hat er kein eh weg. Schon wieder. Ich hasse dieses. Ich hasse Maschinengewehre. Das sind die unnötigsten Waffen. Jetzt verschieße ich. Ich schieße ich halt volle Pulle. Wenn ich herausschieße. Da wäre was zum Schreckern. Ups. Da komm ich schwächer halt. Gut, das lässt sich nicht verschieben. So, dann haben wir nachher nicht schon an der Tür. Das ist eine Brandgranate. Ah, was ist hier? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht. Wo bin ich, verdammte Scheiße? Ich habe irgendwie den Überblick verloren. Ah, ich bin jetzt nicht richtig. Egal, ich gehe nochmal da. Gut, dann holen wir die Schlüsselkarte, wo die auch immer sein wird. Passt. Da können wir fix hin. Das war's. Das war's. Huh? Oh oh. Oh. Nein. Ich weiß schon, wo ich da bin. Was da zu tun ist. Oh Gott, ich mag nicht mehr weiterspielen. Oh, oh. Oh. Das ist mir die Droh. Gott, das ist der Kompetenz! Oh Gott, jetzt kommen die Pennen. Gott sei Dank habe ich ein bisschen Alkohol in die Blut. So dass ich das nervlich überhaupt ertragen kann. Bleibt mich in Ruhe, so afrikanischer Muschikopfkäfer. Ach, weg. Das ist irgendwo Prüfen gestanden. Ah, okay. Ja komm, ich weiß doch, dass da ein Zielfernrohr liegt. Oder erst beim zweiten Mal durchspielen. Aber ich muss sicher nicht eins lassen. Zuerst muss ich schauen, ob ich hier richtig bin. Feuer. Bitte lass mich da jetzt. Ohne gröbere Zwischenstimme. Ohne gröbere Zwischenstimme. So. Ähm. Kombinieren mit dem Ding Don. Und jetzt habe ich keine Angst mehr. Oh, da ist noch ein grünes Kraut. So, und schon ist die Angst dahin. Die Frage ist nur, wo ich jetzt hin muss. Du musst doch schon längst dort zerstören. Bist du jetzt geisteskrank oder was? Dein Herz entfuckt. Du schießt viel zu schnell. Du schießt habe ich überhaupt noch. Ja, genug. So. Okay, das war wieder normale Gegner. Da kommt nicht der Platz an. Das funktioniert super. Na komm, ich schieße gleich noch auf mir die Bank. Ich kann auch gehen runter. Wie viel Pump Card Munition haben wir noch? Beziehungsweise die Drecks Munition muss eh weg. Kommt zurück. Kommt zurück. Kommt zurück. hijos Ich gehe vielleicht wieder drauf. So viele Modellation habe ich ja auch leider nicht mehr. Mal wieder was. So, hoffentlich ist es bald fertig. Ich werde noch mal wiederholen. Entschuldigung, Leon! Entschuldigung, Leon! Hilfe! Jaaa! Leon! Help Leon! Heeeeyyyy! Leon! Help me Leon! Leon! Er kommt. Ja, hey, hey, bitte, hör auf zum Schlag, das bringt dir nichts. Ich glaube, ich bin schneller, oder, so wenn du drauf schlagst, drauf den Scheiß. Ich brauch eine Schlüsselkarte. Wahrscheinlich hätte es da irgendwo... Die Schlüsselkarte Basta. Basta. Ja, so weit wurde die Waffe. Also, wir schüren da so viel Shotgun, ah Shotgun, Maschinengewehr-Munition, die eigentlich nicht wegkürzt. Ich werde keinen Speichern. Ich schaue mal kurz nach dem Weg rein. Ah, okay, nur noch den Gang nach vorne. Dann kann ich wohlverdient aufs Klo gehen. Ähm, nein, falsch. Da ist es. Ich schmecke. Genau. So, ich sage danke fürs Zusehen. Vielen Dank an alle meine Abonnenten. Und wir sehen uns beim nächsten Pfad. Euer Zlabus. Tschüss, Dankeschön. Tschüss.